Dann schauen wir mal. Wir müssen aber hier auch noch rein, oder? Da wollte ich gerade rein. Und dann kam eben das. Hier ist ja was. Und unten müssen wir auch noch was aufmachen, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Jawohl, endlich. Was haben wir denn hier? Aha, hier müssen wir hin. Klettern sie zur Erforschungsbasis hinauf. Wo waren da noch was? Da war doch noch irgendwas, wo wir aufbrechen müssen hätten. Soweit ich weiß. Soweit ich mich entzünden kann. Achso. Wo waren das? War doch noch was, oder? War das da hinten? Ja, das Lager, oder? Oder Jetzt haben wir mir Schnee hier, oder wie? Da ist das Grab drin, oder? Kann das sein? Wenn wir irgendwo in der Nähe waren. Meine Güte, wegen dem Scheißdreck. Ah, okay. Und das ist so still wieder. Ich hasse diese Stille, wenn's... Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, was ist das? Optional heißt es, glaube ich, Tempel der Dienstmädchen. Schnell mal wieder. Wenn die Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie die anderen überreden sollen, damit Land einwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Roya's wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert im Wort. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Miss High es ausgerechnet zählen muss. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns, in Sicherheit. Gegengewicht. Macht man mal. Dann haben wir aber noch ein bisschen was. Pistole. Was können wir doch noch ausbauen. Also nicht. Okay. So. Bauen nicht um. Komm, 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 komm. Wie lange soll ich das halten, das Scheiß drin? Bis das andere drunter ist, oder? Komm, komm, komm. Wo bleibt denn jetzt das drum? Das muss da drunter, oder? Ja. Wollen wir die jetzt verarschen, oder was? Was machen die hier? Eine Art Fischerei. Hm. Robo's war das. Das war scheiße. Das war scheiße jetzt. Scheiß-Idee. Vielleicht müssen wir da erst noch rein später. Aber immerhin. Ich dachte, das ist wie das Grab. Weißer. Hieser. Das Grab ist in der Nähe. Da wohnen ja die Soldaten. Nein. Können wir jetzt da nicht raus. So dunkel hier. Genau. Macht mal die Taschenlampe an. Die Feuerflacke. Fackel. Dann sag ich mal Flagge. Wie komme ich auch Flagge? Hättest du die Fackel auf alle Fälle noch anlassen können. Es ist immer noch so dunkel. Und die Bomben, was denn? Hätten sie hin. Okay. Nee, dann machen wir das. Wann kommen wir endlich hier raus? Aus dieser Scheiße. Wilsau, bleib mir fern. Ich hab dich gar nicht gern. Scheißkletter, Scheiße. Ich muss jetzt da... Oh, meine Güte. Ein Scheißdreck. Was wir hier immer machen müssen, oder? Sagt es mal selber. Ist das normal? Sturmjägerin, betreten Sie die Forschungsbasis? Aber jetzt noch schauen, was wir hier finden können. Eine Kiste. Ich kann schon gar nicht mehr drücken. Wenn ich das schon sehe, dass wir die Granaten brauchen werden. Und dann immer das rumglättern, geh. Und dann wieder da runterkommen. Oh, meine Güte. Das wird wieder was werden. Was ist das denn? Oh, meine Güte. Was ist das da unten? Was ist das denn? Das ist das, was ich erhofft hatte. Und die Bewohner sind wirklich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance. Eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land, Yamatai, sondern es gibt Schiffswachs und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens zwei Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügelt und ich wäre im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann ich ja doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Dokumentenansicht 3 von 7 Offiziere der Endurans gefunden. Endurans. White Man. Meine große Entdeckung. White Man hat seinen Verstand verloren. Seine Besessenheit von Ruhm und Reichtum. Hat ihn voll und ganz vereinnahmt. Deswegen ist er so merkwürdig. Das ist mir schon lange aufgefallen. Aber mir glaubt es ja wieder keiner. So, wir müssen da... Hä? So, wir müssen aber noch weiter rauf, oder? Dass ich immer überall raufklettern muss und so, hä? Das ist doch nicht mehr normal. Wir kriegen schon solche Aufgaben. Betreten Sie die Forschungsbasis. Ja, super. Nein! Hätte ich... Hätte ich doch früher sehen können. Das habe ich ja vorher gesehen. Aber nein, ich mach... Ich dachte, ich muss schnell sein, damit der es nicht wieder davon droht. Nee, das war reine Absicht, weißt? Geht's jetzt? Jawohl. Und jetzt muss ich jeden da herziehen. Ich muss da rüber, tut mir leid. Ich bin wieder ans Mikrofonkabel gekommen. So, und jetzt? Da geht's runter, oder? Okay, hier müssen wir rüber. Okay, jetzt müssen wir da ums Ego mehr, oder wie? Also, noch besser hätten wir das nicht bauen können, oder? Man baut's ja eigentlich einfacher auf, damit man das Problem eben nicht hat. Damit man das Problem eben nicht hat, dass man das alles ganz normal besteigen kann. Aber nein, hier ist alles... Die ganzen Nacht haben wir gerade so ein Scheiß-Olig. Ich bin... Ich bin kein danach, kein number. Alles, was seitens los bereit ist. Hast du den OMS-Bout zurückgelegen? Der sagt mir, einen Verwundeten zu den Daten rein, und ich bin nie mehr rausgenommen. Die verarten dich, Bruder. Die nächsten Teile denken sich das aus. Ich glaube einfach nicht davon. Vielen Dank.